Ich habe dir ja erzählt, dass ich meinen alten Laptop weitergeben wollte, nachdem ich meine Daten vernichtet habe. Aber jetzt wollte ihn niemand kaufen, es sind halt doch schon einige Kleinigkeiten kaputt. Jetzt muss ich ihn wohl entsorgen. Aber wo gibt man so einen Laptop hin, so einen ganzen Computer? Entsorgt man den im Restmüll? Wohl eher nicht. Nein, also mit dem Akku darfst du ihn nicht in den Restmüll geben. Da gibt es ja diese Sticker auf der Tonne, dass Akkus nicht in den Restmüll kommen dürfen. Das ist Sondermüll. Aber bist du sicher, dass er schon so kaputt ist? Vielleicht nimm den auch ein Repair-Café und du kannst ihn dort eventuell weiterverkaufen? Das Handy oder der Laptop ist kaputt, aber wohin damit? Elektronische Geräte dürfen auf keinen Fall im Restmüll entsorgt werden, sondern sind Sondermüll und müssen im Recyclinghof oder an den entsprechenden Stellen abgegeben werden. Falsches Entsorgen von Geräten kann zu empfindlichen Strafen führen. Bevor man sein Gerät wirklich entsorgt, sollte man sich jedoch über andere Möglichkeiten informieren. In Österreich gibt es zum Beispiel jedes Jahr eine Handyspendenaktion. Manchmal sind auch nur Kleinigkeiten kaputt, die sich reparieren lassen würden. Manche werfen ihr Gerät auch weg, obwohl es einwandfrei funktioniert. Nur weil sie ein neueres Modell haben möchten. Das neue Bewusstsein für umweltfreundliche Computer- bzw. umweltfreundlichen Umgang mit Computern nennt man Green IT. Green IT betrifft Firmen und Einzelpersonen gleichermaßen. Firmen zum Beispiel müssen Serverräume gut planen, da diese sonst viel Strom verbrauchen und eventuell auch klimatisiert werden müssen. Einzelpersonen können zu Green IT beitragen, indem sie richtig recyceln bzw. bereits vor dem Kauf nachdenken. Sind die Teile langlebig? Kann man den Akku tauschen? Kann man das Gerät, wenn nötig, nachrüsten oder selbst reparieren? Ist das Gehäuse kratzfest? Wird die Software vermutlich noch länger unterstützt? Warte, heißt das, dass ich meine alten Druckerpatronen auch nicht in den Restmüll geben soll? Nein, die sind auch Sondermüll. Aber ich werfe meine leeren Patronen nicht weg, sondern lasse sie immer wieder auffüllen. Das ist einerseits günstiger und spart auch Müll. Ah, ja, privat drucke ich so selten, da halten meine Patronen ewig. Aber wie macht ihr das in der Firma? Gute Frage, habe ich auch noch nie nachgedacht.